Mach mal Warte, geh mal weg, geh mal ein bisschen weiter Sidebar ist offen? Nein Mach mal weg Einmal auf Was hast du jetzt mal? Aha Moment Klick mal Task Manager Klick mal auf Prozesse Warte, zeig mal die Leistung Passt doch Prozesse Explorer.exe Prozess beenden So, jetzt gehst du auf Datei, neue Task Explorer.exe Steht schon drin? Egal Ok Schließt es Weiß was jetzt? Aaaah Listerfehler These Versbach Die